Gluha down, DBK, du hast recht. Gluha down, DBK, du hast recht. So viel, also 9 Uhr habe ich mich hingesetzt, konkret, bisschen gefrühstückt, YouTube geschaut, bis um 10 Uhr, dann wollte ich loslegen und dann dieses, jenes, da noch zwei Sachen machen. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir 12 Uhr, ich habe immer noch nicht alles leer gelegt, aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt noch weiter tröddel, dann komme ich heute gar nicht mehr zum Zocken. Das ist ein schönes Beispiel, das ist unglaublich. Das ist ein schönes Beispiel. Nicht gut. Nicht gut. Draußen. Schwer zu sehen. Schwer zu sehen. Aber er ist down. Schwer zu sehen. Schwer zu sehen. Schwer zu sehen. Seid das? No fucking way. I'm not sure. Nice. Cocksucker! We got a rat here, dammit! Other guys saw bears in this area. Contact rear! Oh shit. Okay, the sounds are not so bad. What the fuck? Here's the first one. He's still going. Here's the first one. What else? He's still going. I have a lot of people who haven't been using it. There's no right. da ging gar nichts da gonna kill you all bastards just fucking die already so what have we got here in meinen richtungen gerade so 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 Vielen Dank.